25 zufällige Aufgaben und ich muss 5 Stück davon in einer Reihe erledigen. Und das so schnell wie möglich. Das ist Zelda Breath of the Wild, bingo. Viel Spaß. Das Timing startet genau, wenn ich das Parasigl bekomme und jetzt kann ich mir auch die Aufgaben angucken. Ich muss gucken, dass ich während ich die Kiste und so öffne, angucke, welche Aufgaben ich machen werde. Ich glaube, ich gehe erstmal noch nach hier unten unter mir in den Ausdauerkarnister, dann habe ich noch mehr Zeit. Ich glaube, Ausdauer ist wichtiger als Herzen und ich glaube, ich gehe für die mittlere Reihe, also die hier. Ich glaube, die ist am einfachsten. Ich habe jetzt leider das Problem, dass ich mit einem halben Herz gestartet bin, das heißt, ich kann keine Windbäume machen, das heißt, ich muss jetzt erstmal ein Stück laufen, leider. Aber ich würde jetzt erstmal zum Turm gehen, weil da gibt es ja einen Bockblendcamp, da können wir theoretisch die erste Aufgabe direkt abschließen. Oder was hier unten gibt es ja theoretisch auch was. Bockstock, nice. Okay, das ist die erste Aufgabe schon fertig, let's go. Und ich kann mich hier auch heilen. Hä? Wie hat mich das denn getroffen? Das war doch voll weit weg. Ach, komm schon. Oh, hier liegt ein Weile. Das ist wichtig. Ich glaube, ich gehe aber trotzdem nochmal nach da vorne und hole mir da vielleicht ein Schild oder so. Also gibt es hier ein Schild überhaupt? Ja, der hat eins, der hat eins. Gehe mir da ein Schild, bitte. Dankeschön. Das ist wichtig, dass wir die Pfeile schon bekommen haben, weil die brauchen wir jetzt. Wir machen nämlich jetzt von hier aus ein BLS und müssen erstmal ein Stückchen fliegen. Komm. Nice. Okay, perfekt. Wir fliegen nämlich jetzt nach ganz hinten zum Turm erstmal. Und da können wir nicht nur eine Aufgabe schließen, sondern kriegen auch Essen für den restlichen Run erstmal. Ich bin jetzt schon viel schneller geworden mit dem BLS. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich ganz zum Turm muss überhaupt. Warte, gibt es das hier vorne schon oder muss ich erstmal da hochkletzern jetzt? Äh. Okay, ich glaube, ich muss erstmal da hochkletzern. Oh nein. Oh, bitte nicht sterben jetzt. Ach mein. Oh mein Gott. Warte, spawne ich hier wieder? Okay, ich spawne wieder hier. Ey, dann war es sogar gar nicht mal so schlecht, weil ich jetzt habe ich volle Herzen. Okay, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, hier eine Windbomb hochzumachen, oder? Oh, die war richtig gut. Okay, nice. So, und genau das brauchen wir im Maxi-Durian. Die heilen uns extrem und die brauchen wir für eine bestimmte Aufgabe gleich. Davon nehme ich mir jetzt erstmal ein paar mit. Das soll es dann auch Essen für den ganzen Run eigentlich sein. Ich glaube, das sollte genug sein. Ich habe ich von hier eine Windbomb wieder hochzumachen. Komm schon. Oh, die war richtig gut. Perfekt. Da gehen wir in den Hinox nicht fighten. Ich laufe einfach drin vorbei. Und ja, das Essen wird auf jeden Fall reichen. Das ist richtig gut. Okay. Dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg nach Hateno, um damit Impa zu sprechen und danach die Kamera freizuschalten. Perfekt. Oh, hier vorne wäre sogar so ein Wächter, den ich töten muss. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, den jetzt schon anzugreifen. Aber wenn ich sterbe, ist das halt blöd, ne? Das ist sehr riskant, aber ich glaube, ich mache es. Komm, ich mache es. Ich habe ja schon ein Schild zum Glück. Komm. Ey, ich muss das jetzt anblocken. Nice. Eins von drei. Perfekt. Zwei. Komm schon. Let's go. Oh mein Gott, ist das wichtig. Ist das wichtig. Das ist die zweite Aufgabe, die wir fertig haben. Wer hier gestorben hat, hat so viel Zeit gewastet. Aber das ist richtig wichtig. Und jetzt geht es wirklich erstmal nach Hateno. Perfekt. Komm hier runter. Und da vorne ist es auch schon. Ach, Hateno soll ich die ganze Zeit ich meinen Kakariko. So, Moin Paya. Und Moin Impa. Jetzt müssen wir uns erstmal diese lange Katzen hier angucken, die man nicht überspringen kann. Aber dass wir den Wächter jetzt schon haben, ist richtig wichtig, wirklich. Ich wollte mir eigentlich hier... Oh, warte, warte, bevor ich da hochgehe, kann ich hier kochen. Perfekt. Und das ist dann auch die dritte Aufgabe fertig. Ich wollte mir eigentlich da oben bei der Quelle gleich Feen holen, für den Wächter. Aber weil ich den jetzt eh schon besiegt habe, brauche ich das nicht mehr. Aber den Schrein aktiviere ich trotzdem, weil wir müssen später hier nochmal zurückkommen. Jetzt machen wir uns aber erstmal auf den Weg nach Hateno. Und zwar in die Richtung. Perfekt. Hier unten ist was, wo wir später nochmal hin müssen. Na, wer weiß schon, was es ist. Deswegen habe ich den Schrein aktiviert. Kann ich von dem Stein hier aus den BLS machen? Ja, kann ich. Oh mein Gott, nice. Okay, auf nach Hateno. Oh, ich bin in dem BLS so gut geworden. Es laggt sogar schon komplett, weil ich so schnell bin dadurch. Okay, ich glaube, ab hier muss ich laufen, ja. Ich überlege gerade, ob ich hier den Schrein aktivieren muss oder nicht. Ich glaube aber, ich brauche den gar nicht. Ich kann eigentlich direkt zum Institut. Perfekt. Sehr schöne Windbomb. So, ab hier muss ich laufen. Kann ich von dem Schild aus eine Windbombe machen? Ach, okay, komm, ich lasse es einfach. So viel Zeit spart es dann auch nicht. So, jetzt nur noch die Flamme aktivieren, ne? Hier ist zum Glück eine Fackel. So, aber ich aktiviere die natürlich nicht den normalen Weg. Das wäre ja langweilig. Sondern. Ah, ist das richtig? Ja, okay, perfekt. So, jetzt haben wir die Fackel hier. Jetzt kann ich die hier anzünden und kann damit alles machen. Klettern, springen, fliegen, alles Mögliche. Jetzt kann ich einfach nach da oben eine Windbomb machen. Perfekt. Also jeder, der das Institut mehr als einmal aktivieren muss, weil er irgendwie Challenges macht oder irgendwas, sollte diesen Trick kennen. Der ist echt ultra praktisch und spart mega viel Zeit. Und Nerven. Nice. Okay. Jetzt haben wir die Kamera. Jetzt gehen wir erstmal direkt wieder nach Kakariko und müssen dahin, wo wir gerade vorbeigeflogen sind. Genau hier unten ist er. Ja, hier wartet nämlich jemand auf uns. Jemand ganz bestimmtes. Ja, mal lächeln bitte fürs Selfie. Perfekt. Das ist Aufgabe 4 von 5. Jetzt fehlt nur noch das Bowling-Minigame. Dafür gehen wir als erstes zum Plateau, würde ich sagen. So, ich glaube, das Bowling-Minigame war da vorne bei dem Turm. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, doch. Ich glaube, das sollte da sein. Heißt, am besten einfach mit dem BLS dahin fliegen. Soll es am schnellsten gehen. Ja. Ist ein langer Flug, aber es geht relativ schnell. Eigentlich wollte ich hier unten noch einen Wächter töten auf dem Weg, aber den haben wir ja jetzt schon. Also muss ich nicht mehr machen. Und es ist zwar im Schneebiom, aber ich glaube, wir sollten durch die Duriane noch genug Essen haben, um das zu überleben. Ich glaube, hier komme ich nicht mehr rüber, oder? Ne, okay, hier muss ich laufen. Egal. Kann ich von dem Schrein hier einen BLS machen? Komm. Kann ich von dem Stein hier einen BLS machen? Auch nicht. Hä? Gut, damit wir mal einen normalen Weg laufen. Ach. Komm. Okay. Windbomb. Perfekt. Ich weiß aber nicht, ob ich es da hoch schaffe. Wenn ich hier eine richtig, richtig hohe Windbomb mache, könnte es vielleicht klappen. Ja, okay. Die sieht nicht schlecht aus. Hm. Ich weiß nicht, ob das klappt. Boah, ne. Das klappt auch nie im Leben, oder? Das ist viel zu hoch. Kann ich hier irgendwie... Ist hier eine Plattform oder so? Ne. Hier kann ich aber auch nicht drauf stehen. Da falle ich runter. Und zwar, kann ich von hier irgendwie eine Windbomb hochmachen? Ach, okay. Das war dumm. Ah, das hat jetzt so viel Zeit verloren. Kann ich nicht hier irgendwo einen BLS machen? Ne. Sieht irgendwie nicht so aus. Okay. Dann muss ich den normalen Weg gehen. Vielleicht kann ich hier vorne irgendwo einen BLS machen. Das sieht doch aus, als wenn ich es hier machen könnte, oder? Auch nicht. Hä? Nervig. Hier vorne. Ach, komm schon. Ey, ich habe so viel Zeit dadurch verloren jetzt schon. Komm. Von hier aus kann ich ja doch aber eine bestimmende Windbomb machen, oder? Ja, okay. Ich glaube, das soll klappen. Ey, das hätte ich viel früher machen sollen. Ich habe so viel Zeit verloren. Ja, okay. Aber das klappt easy von hier aus. Ja, das war ein bisschen dumm. Das Bowling-Minispiel sollte genau auf der anderen Seite von dem Berg hier sein. Ja. Genau hier unten bei dieser Hütze. Das ist perfekt. Was? Der braucht 20 Rubine? Ich habe keine. Oh mein Gott. Das ist dumm. Okay. Ich muss den Zoom aktivieren, dass er mich hier gleich hinterher reportieren kann. Ich habe vorhin sogar noch darüber nachgedacht, ob ich irgendwas verkaufen soll, damit ich Rubine habe, falls er welche braucht. Weil dieser Flugtyp beim letzten Mal hat er auch welche gebraucht. Dann kann ich hier irgendwie eine Windbomb hochmachen. Ach. Okay. Ich glaube, das sollte klappen. Ja, das klappt. Oh, ist das jetzt bitter, Mann. Ist das dumm. Okay, komm. Aktivieren zu. Nice. So, dann teleporte ich mich kurz zur Kakarit-Konsole oder irgendwie Rubine her. Oh, die Äpfel reichen nicht. Ich kann auch meine Waffen nicht mehr verkaufen. Okay, ich muss mir irgendwoher noch was anderes holen. Muss auch irgendwo noch was sein, was ich verkaufen kann, oder? Ja, jetzt ob hier nirgendwo irgendwas ist. Oh, hier vorne sind Äpfel. Okay. Also kann ich das Holz auch verkaufen? Ich nehme es einfach mal mit. Hier noch mehr Äpfel. Ich glaube, das sollte reichen. Ich gehe wieder zurück zum Shop. Ja, okay. Das reicht jetzt. Ey, das ist so dumm. So. Jetzt wieder hier runter. Mann, das hat so viel Zeit verloren. Ich wollte mir sogar vorher noch irgendwas verkaufen, nämlich Rubine ab. Ich hätte das auch in unter 30 Minuten Lock heinkriegen können. Erstmal der Fehler mit dem BLS die ganze Zeit und jetzt das mit den Rubinen. Das ist so dumm. Okay, komm. Ey, warum rollt die Kugel jetzt nach hinten? Okay, dann muss ich es halt so machen. Okay, perfekt. Und ich treffe noch nicht mehr viele. Aber ich muss es ja nur spielen. Ich muss es nicht gewinnen. Also alles gut. Und wenn er aufhört zu regnen, würde ich sagen, let's go. 39 Minuten und 17 Sekunden. Ich hätte es locker in unter 30 Minuten schaffen können. Hö, was, was? Oh, es gibt noch eine zweite Runde. Ähm. Okay, dann habe ich vielleicht ein bisschen früh den Timer gestoppt. Dann wäre es vielleicht doch über 40 Minuten gewesen. Gut, dann wäre es jetzt aber vorbei. Äh. Ja gut, reden wir nicht drüber. Hat niemand gesehen. Ich hätte es aber auch easy unter 30 Minuten schaffen können. So, das war es jetzt von dem Video. Falls es euch gefallen hat, ist doch sehr gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Und folgt mir auf Twitch. Link in der Beschreibung. Und hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.